So meine lieben Leute, herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy VIII. Falls das einige von euch nicht mitgekriegt haben, weil sie, keine Ahnung, blind waren oder das auf jeden Fall nicht gesehen haben, was dort angezeigt wurde, wenn du auf meinen Twitch-Account gehst, ja, mein Auto hat den Geist aufgegeben, oder hatte besser gesagt, und das musste in die Werkstatt und das musste ich heute Abend abholen, schon wieder. Also es wurde heute fertig gemacht und ich musste es heute Abend abholen. Und deswegen, ich gesagt habe, okay, dann verschiebe ich den Stream von 18 auf 20 Uhr. Selbst wenn ich das jetzt nicht mitgekriegt habe, ist dann halt so, ich meine, das ist ja nicht schlimm. So, ich muss jetzt noch ein paar Sachen machen, ich muss hier einmal was einstellen. Das ist richtig, das hier. Lass mich kurz gucken. Das muss ja alles passen hier, das Spiel. Okay, jetzt läuft's. Ja, dann scheint alles zu funktionieren. Chat sehe ich auch. Steuerung funktioniert. Quick Save funktioniert, alles gut. So, wir müssen jetzt gegen die Olli Karten spielen, jedenfalls glaube ich, dass... Ich weiß nicht mehr, was sie für eine Karte hat, ich weiß nur, dass wir eine Karte von ihr gewinnen müssen, irgendeine wichtige. Hier mache ich auch mal einen Quick Save, denn ganz schön harte Regeln und so. Und das ist natürlich nicht die Karte, die wir wollen. Äh, oder nicht dabei gewesen. Wo sind so lange klicken, wo ist die Karte? Die Karte. Sei denn, ich vertue mich gerade. Also ich weiß, dass es nicht die Laguna Karte ist, die hat nämlich nur Elyone. Aber, keine Ahnung. Mal schauen, wenn die gleich keine besonders tolle Karte hat. Also ich weiß nicht mehr, welche ist das Problem. Äh, dann werde ich es gut sein lassen. Aber ich meinte, dass sie irgendeine Charakterkarte hat. Charakterkarte. Überall werde ich heute mit der Hauptstory weitermachen. Ich werde leider nur zwei Stunden streamen, denn, ähm, meine Frau hat mir ein schönes Geschenk gemacht. Und zwar hat sie mir Final Fantasy XIII 2 gekauft. Nachdem ich XIII mal eben so durchgesuchtet habe. Na gut, ist auch nicht wirklich langer Spiel. Äh, ja. Deswegen werde ich Final Fantasy XIII 2 demnächst zocken. Also ab 22 Uhr dann, denke ich mal. Und da ich das für mich spielen will, werdet ihr davon nichts sehen. So, also sie scheint keine besonders tolle Karte zu haben. Was merkwürdig ist, weil ich halt ne... Ah, da ist sie doch. Die Karte wollen wir haben. Alexanderkarte. Minus ein. Das heißt, sie hat da ne Acht. Ich hab... Ja, meine Karten sind okay, aber nicht überragend. Das ist das Problem. Ich hab nichts, was stärker ist als ne Acht unten. Äh, wartet mal. Ne, ich hab nur meinen Leviathan. Der kriegt aber auch nur einen dazu. Also acht nach oben. Können wir trotzdem da hinsetzen? Äh, einfach nur damit wir... Obwohl, ne, die ist zu den Seiten zu stark. Die anderen würden aber alle nur sieben geben. Und sieben könnte sie schlagen mit dieser komischen Bosskarte dort. Ja, ich musste nie wieder... Leviathan da hinlegen. Ich frag mich, warum er Alexander nicht da oben hingelegt hat. Wahrscheinlich, weil er nur ne vier nach unten hat. So, können wir diese Karte schlagen? Ja, können wir. Wenn ich das richtig sehe. Kann er sich aber sofort wieder zurückholen. Wartet. Ja, mit der Karte. Die könnten wir mit unserer Siren-Karte schlagen. Äh, ich riskiere's mal. Wenn nicht, dann laden wir halt wieder. Ihr kennt das ja. Ja, natürlich kommt so ein Ding. Ja, natürlich. Ja. Ja. Jetzt muss ich Glück haben, sozusagen. Oder kann ich überhaupt noch was machen? Ja. Toll. Das sieht schlecht aus. Ja. Das wird ein Draw. Also nochmal. Diesmal aber mit anderen Feldern. Äh. Ach so, genau. Scheiße, sie hat meine Leviathan-Karte. Sehe ich jetzt erst. Also wir müssen gewinnen. Alexander möchte ich schon haben. Ich wusste doch, dass sie irgendeine gute Karte hat. Ja, das war natürlich klug gesetzt. Denn die Karte kann ich mir unmöglich wiederholen. Oh Mann. Ich bin kurz davor, neu zu laden. Weil ich glaube, da können wir nicht wirklich viel gegen machen. Ja. Keine Ahnung. Ja. Hier, komm. Gib ich dir den. Und dann gibst du mir den. Gib ich dir... den. Dann hab ich verloren. Und dann passt das schon. Ja. He he. Laden. Scheiße. Wir haben zu viele mittelmäßig gute Karten. Deswegen bin ich am überlegen, ob ich die jetzt wegmodde, bevor ich gegen sie spiele. Jedenfalls... Jedenfalls... He he. Ach, wartet mal. Wir haben ja schon alle Karten weggemordet, die halbwegs gut sind. Wir könnten theoretisch... Ja. Wir können eigentlich nicht viel machen. Denn die ganzen guten Karten kann ich ja nicht wegmodden. Sonst kann ich die Elyone-Karte... Ach. Ficken. Die Laguna-Karte nicht mehr gewinnen soll. Da ist sie wieder. Die restlichen Karten sind relativ scheiße. Meine aber leider auch. Da hast du den Alexander gut hingepackt. Mal wieder. Ach, Kea. Wir müssen Glück haben. Anderes hilft nicht. Ja, natürlich Plus. Warum Plus? Ich verstehe die Regel einfach nicht. Mann, ey. Können wir die beide schlagen? Nein, können wir nicht. Wir könnten die da unten schlagen. Hm. So wie ich das sehe, haben wir gewonnen. Könnte mich aber auch irren. Wenn sie jetzt ein Plus-Kombo-Schieß-mich-tot macht. Ja. Siehste, das ist nämlich das Geile an dieser Strategie... Äh, an diesen Regeln. Äh, du denkst, du hast gewonnen. Du führst richtig krass. Und dann kommt eine Plus-Kombo-Schieß-mich-tot-Wichse. Und du bist, äh... Hast nur noch zwei Punkte. Also, ich verstehe es echt nicht. Ich verstehe es nicht. Und ich will es mir auch gar nicht aneignen. Für die zwei Karten, die uns da noch fehlen, das müssen wir einfach so schaffen. Ach, Mann. Wieso muss der... Wieso muss ich so scheiß Karten haben, Mann? Drachen, die Säule und diese Brummdrachen. Das ist doch scheiße. Nichts, was zu den Seiten stark ist. Gar nichts. Ganz, ganz toll. Ich kann nicht machen, was ich will. Naja, ich spiele jetzt einfach dämlich. Ich setze einfach irgendwelche Karten. In der Hoffnung, dass das reicht. Hm. Mal was ausprobieren. Seht ihr da? Super. Funktioniert echt gut. Egal, was man macht. Äh... Ja. Der Gegner ist klüger. Immer. Grundsätzlich. Ja, klar. Der Gegner weiß einfach, was funktioniert und was nicht. Und mit dem Deck hätte ich auf jeden Fall gewonnen. Ach, komm. Ich habe keine Lust, die ganze Zeit Karten zu spielen. Ich wollte eigentlich auch noch in der Hauptstory heute weiterkommen. Na, komm. Spiel sie doch endlich. Und schon wieder. Meistens spielst du es, wenn ich nur Scheißkarten habe. Mit den Kackregeln... Ach, zum Glück muss ich das Ganze nur noch zweimal machen. Die Olle besiegen, um Alexander zu kriegen. Und dann noch, äh... Elyone zu besiegen, um Laguna zu kriegen. Und dann werde ich alle Karten wegbonnen und werde sagen, war schön mit dem Kartenspiel. Nie wieder. Ach, spiel sie doch endlich mal. Okay. Joa. Ach ja, genau. Du kannst das ja machen. Das habe ich ja vergessen. Ja, dann... Sicher ich mal... Bisschen ab. Ich muss da achten. Warum muss er da achten haben? Das hat viel gebracht. Nämlich nichts. Denn da können wir nur mit einem Draw rausgehen. Ja. Wieso muss ich auch so Scheißkarten kriegen? Mann, immer. Ey, jetzt habe ich die Alexanderkarte. Yay. Ich spiel jetzt einfach mal dämlich. Einfach mal nach Lust und Laune die Karten hinpacken. Und dann sehen, wie wir failen. Und dann passt das schon. So, hier, Ifrit-Karte umdrehen. Kommt gleich sowieso wieder ein Plus. 10.468. Und dann haben wir eh wieder verloren. Wartet ab. Ihr werdet es sehen. Zack. Ah, wir führen noch. Unfassbar. Glück haben wir jetzt gewonnen. Bitte wähle zwei Karten aus. Danke. Die nehme ich. Und den hässlichen. Gott sei Dank. Ich dachte schon, es geht ewig noch so weiter. Die Plusregel ist jetzt out. Das ist schön, dass sie jetzt out ist. Das könnte mir die Sachen etwas vereinfachen. Äh, ja. Gucken mal, ob ich irgendwelche Karten rumwandeln kann. Und wenn nicht, dann geht es gleich weiter mit der Hauptstory. Ah, ich bin schon wieder gegen mein... So. Irgendwann Kabel bekommen. Teufels Munition. Silber Munition. Ja, genau. Deswegen können wir die nicht loswerden. Wegen dieser Scheiße. Ja. Meine Güte. Ganz schön viele gute Karten. Die werden wir alle modden. Ja, ja. Habe ich überhaupt Sachen gekoppelt? Ich glaube nicht. Ne. Sind alle mit irgendwas gekoppelt. Mit EDA ist die ganze Scheiße gekoppelt. Ist aber nicht schlimm. Wir müssen jetzt erstmal eh nicht kämpfen. Wir müssen jetzt erstmal Hilfe für Renoir finden. Oh, ein Ruckelraum. Ich habe alles eingeleitet. Gehen wir in den Kontrollraum. Oh, ich dachte die ganze Zeit, das wäre eine Olle. Das ist aber anscheinend ein Kerl namens Piet. Und wo ist der Kontrollraum? Das wäre nett gewesen, wenn du mir das mal gesagt hättest. Dammit. Wo ist der hingegangen? Hier vielleicht lang? Ne. Hallo, Kontrollraum. Wo denn? So ruckelt das hier so. Ach Gott, das fällt. Mal eben die Dampfe wegstellen. So, dann kann man auch ein bisschen besser spielen. So. Normalerweise müsste man hier durchkommen. Ah, oder hier. Das geht auch. Kack Raumstation, ne. Ich verstehe immer noch nicht, warum hier diese Ballmusik läuft. Vielleicht weil sie Langeweile haben. So, wo muss ich hin? Ich weiß es nicht. Lauf einfach mal. Proviert durch die Gegend. Ach du Scheiße. Ein weiterer Ruckelbild hier. Da ist die Eleone. Das ist gut. Die hab ich eh gesucht. Hallo. Ja, jetzt ein Spiel. Boah, noch die Laguna-Karte. Und damit gemoddet. So sieht's für mich aus. Okay. Same ist immer noch. Aber wenigstens ist nicht mehr Plus. Boah, ob ich scheiß kann. Aber sie zum Glück auch. Scheiße. Auf Scheiße. Nein. Nicht ganz der Richtige. Spiel dann scheiß Laguna. Das kann ein bisschen dauern. Aber so können wir das ja. Nein. Nein. Ich weiß, dass du ihn hast. Du brauchst ihn nicht verstecken. Ha. Ich will die ganze Zeit überlegen, wegen der letzten GF, die wir noch holen müssen. im Doom-Train. Naja, gut. Das ist eigentlich nicht die letzte GF. Denn es fehlt ja noch... Wer fehlt denn noch? Äh, Eden. Oder Eden. Da ist sie. Die wollen wir. Das Problem ist... Das Feld sieht nicht sehr toll aus. Naja. Was soll's. So, jetzt wird er bestimmt die Laguna-Karte benutzen. Jawohl. Das hab ich mir gedacht. Die holen wir uns gleich wieder. Dachte ich zumindest. Ha. Das ist natürlich doof. Muss jetzt ein bisschen was... Gefährliches machen. Okay. Das ist doof, dass du alles schlägst, was ich dir da hinlege, ehrlich gesagt. Das ist echt doof. Super. Und verloren. Und verloren. Draw. Also nochmal. Hey, gar keine Elemente mehr. Na, das find ich doch toll. Leider hat er... Hat er meinen komischen Dingsbums gekriegt. Wie heißt der denn noch? Ach, ich weiß gar nicht mehr. Kann ich die nicht irgendwie schlagen und verhindern, dass ich die... Ach, fuck doch drauf. Einfach spielen. Kein Sinn. So. Die Karte... Kannst du nicht mehr wiederholen. Ich sichere mal ein bisschen ab. Ja, okay. Besser als nichts. Okay. Keine Ahnung, warum sie jetzt dämlich spielt. Aber ich glaube... Haben wir sowas von Haushoch gewonnen. Ja, Haushoch nicht, aber... Halbwegs. Hallo, Laguna-Karte. Und jetzt werden alle Karten gemoddet. Tschüss, alle Karten. War schön, euch gekannt zu haben. Ich werde jetzt kämpfen. Ja, ich werde jetzt keine Nutzweite spielen. So sieht sie mir aus. Ich werde jetzt mit der Hauptstory weiterkommen. Und eine wichtige Nebenquest müssen wir auch noch machen. Also, alles umwandeln, was wir irgendwie können. Tschüss. Ups. Ach ja, genau. Silbermanitz-Wund. Da war ja was. 100 Elixiere, 10 Göttertränke, 100 Stahl, Dynamo-Stein, Polarwind, ER-Schwer, zu-Schwer, Dino-Knochen, Adamantine, Schwarze Loch, Leere der Ärzte, Windmühle, Sprinteschuhe, bla, bla, bla. Tschüss, tschüss, tschüss. So, und daraus können wir bestimmt wieder ganz tolle Zauber machen. Schauen wir doch mal. Die müssten sich ja jetzt alle hier hinten irgendwo befinden. Na, oder auch nicht. Weil die meisten Sachen davon kann man benutzen, um GFs irgendwas beizubringen. Das weiß ich noch. Haben wir denn hier irgendwas, was uns was bringen würde? Mondschneier, 100 Shell. Oh, das interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Zustand. Nein. Zeitwanderer eventuell irgendwas nützliches. Hast. Hast könnten wir jedem vollgeben. Machen wir das doch mal. Hast kann man immer gebrauchen. Eignet sich bestimmt auch gut, um irgendwas Tolles zu koppeln, aber fragt man die Warte. Kugelwandler vielleicht mal. Tolle Munition. Pulsar Munition. Nö. Ja, den High Magic Wandler haben wir glaube ich noch nicht. Es gibt da glaube ich einen, der... Ja. Keine Ahnung. So, jetzt können wir mal gucken, was die Items einzeln machen würden. Magie plus 60. Okay, wenn wir nicht brauchen. die sind nur da um dix ist der plus vorhob ich das denn her helden trank der wird unbesiegbar ja wohl das brauchen wir gegen den guten alten omega geist plus 40 gf feuriger auch die kümmerung noch nicht benutzen gf nicht verfügbar götter tranken el angriff was war denn er noch element angriffen zustands angriff wäre wahrscheinlich wichtiger zehn adamantine wofür brauchen wir die noch gleich ich weiß es gar nicht mehr wahrscheinlich haben wir die durch irgendwas ja natürlich der links ins sekret oder wie er heißt körper 60 medizin kunde was ist medizin kunde keine ahnung auto shell er abwehr mal 4 nicht schlecht überreif stecken 60 warte mal will mal eben was prüfen so hier wo ich das gar nicht nachgucken direkt bei gf also der gute ifrit kann auf jeden fall ach was mach ich denn der kann auf jeden fall stärke plus 60 ne stärke plus 40 sogar nur warte ach gott dieses scheiß kabel dann wäre der auf jeden fall schon mal ein kandidat brothers wäre theoretisch ein kandidat ich habe keine ahnung hier pandemona auf jeden fall ich bin jetzt einfach irgendwelchen gf bei dann passt das schon dann schauen wir mal wie wir damit später klarkommen äh item stärke plus 60 einmal bitte der ifrit ifrit kann nichts mehr lernen ach hehehe super nein daneben nicht brothers pandemona und keine ahnung Alexander so fast die können jetzt alle ganz toll stärke plus 60 gut dann mache ich jetzt ein quick save sage tschüss Elione obwohl warte mal vielleicht muss man sogar mit ihr reden ja muss man lange nicht gesehen Squall stimmt es tut mir echt leid dass ich euch mit hineingezogen habe macht mir nichts aus ich weiß jetzt warum du es getan hast und waren wir dir von nutzen und sie so nö natürlich durch euch konnte ich alles sehen durch euch weiß ich jetzt mit wie viel liebe ich aufgewachsen bin yay ich konnte die vergangenheit nicht verändern aber ich habe sie mit meinen eigenen augen betrachten können vielen dank für alles schon okay aber eine bitte sagt es dass man die vergangenheit nicht verändern kann man kann aber die vergangenheit erleben ich sehe die gegenwart mit anderen augen da ich jetzt weiß was damals passierte man muss sich selbst verändern nicht die vergangenheit naja wirklich kann man die vergangenheit nicht verändern ich muss es wissen bring mich zu rinoa zu rinoa in die vergangenheit ich muss wissen was mit rinoa passiert ist ich muss sie warnen du willst sie retten du willst rinoa nicht verlieren ja denn du liebst sie ich kann es leider nicht ich kenne rinoa nicht ich sagte doch dass ich nur menschen verbinden kann die ich persönlich kenne hier ich habe rinoa mitgebracht ich bin nur ihretwegen hier mein sound ist schon wieder scheiße ich muss nur einmal in diesen adapter rankommen und dann ist der sound der aus meinem kopf rankommt scheiße so komm bitte mit auf die krankenstation und sie so okay ich weiß zwar dass ich nichts ändern kann aber ich komme trotzdem mit das ist ein bisschen dämlich 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 ach ja ruckelbildschirm zu viele animationen ganz schön peinlich warte ich schon im kontrollraum kommt mit von daraus könnt ihr den mond sehen weißt du das ist schon geil man sagt so zu ihr ja komm mit auf die krankenstation okay sie kommt mit und was dann warte ich schon im kontrollraum schau mal der mond scroll das ist ja absolut umwerfend ja ganz toll so umwerfend finde ich das nicht schaut mal auf den monitor lass mal sehen jetzt bin ich jetzt ein monster ach so ja ich muss selber okay die träne des mondes tritt regelmäßig ein ihr kennt doch den riesigen krater auf zentra er entstand vor über 100 jahren durch die tränen des mondes man sagt dass die städte auf zentra dadurch vollkommen zerstört wurden denn noch die ruine ist übergeblieben ja ach so jetzt ok was zum teufel ist das monster wohin man schaut das kann doch nicht gut ausgehen dass der mond von monstern bewohnt wird habt ihr doch in der schule gelernt what the fuck diese monster sammeln sich gerade an einem punkt auf dem mond da sind wir tränen des mondes die geschichte wiederholt sich ja ich weiß und dann äh naja katastrophe jaaa junge ist doch gut so ione hallo gehen wir zu renor ja dann komm hä wieso kommt ihr denn nicht mit na passt schon ach jetzt ist sie wieder in unserer crew alles klar ja die gute ist nämlich ein bisschen besessen was zum alarm auf der krankstation alarm auf der krankstation bewahrtet das personal bitte auf die station krankstation ich werde hingehen das ist gefährlich gehen den kontrol raum millionen ok aber ein paar millionen auf ok ja jub jub so alles klar rino dreht durch wir müssen sie aufhalten wir schauen uns aber nicht hey rino wutz was fliegt dann einfach weg was ist los was ist mit rinoa sie ist besessen ich find's witzig keine ahnung müssen wir jetzt ihn müssen wir eh nicht die ganze zeit einfach hinterher dackeln weil sonst rino weil sonst irgendwie es nicht weiter geht wir können sie ja eh nicht aufhalten ah ich find das geil wir haben was zur seite gebämmst wird oh nein ich stehe im weg gleich werde ich wieder ungebämmst wenn sie sich mal beeilen würde tja rino du musst vor durch mich durchlaufen und dann fliege ich wieder weg ich geh da mal ohne rinoa ah ok lass mich raten sie will hier oben hoch ne quatsch da wäre ja nur eliones zimmer score rinoa ist bekloppt nein nicht das ist die versiegelungsanlage des adelss der sagt sie will 1 deaktivieren das level 1 siegel wurde deaktiviert hey sie soll damit aufhören ja schön was ist mit rinoa los das siegel geht nur bis level 2 ja schön was soll ich jetzt machen weg gehen ah tschüss ne ich geh da mal tschüss das kann ich gar nicht würde ja gerne was dran ändern aber wie schön dass sich der immer wieder holt gut so das muss ich glaube ich machen naja mein glas nicht umschmeißen zombie rinoa mit streichholzbeinen da steht es bei uns wieder auf natürlich hey schaut mal auf dem mond ist der teufel los äh spoiler weiß nicht was er machen soll hey sie soll damit aufhören sagt er immer noch wenn das siege bricht kommt alle frei und das will keiner gleich strömt die monster heraus gleich wird das beginnen die tränen des mondes ja müssen diesen mädchen jeden preis stoppen wenn sie adele befreien will muss sie in den weltraum das level 2 versiegen die level 2 versiegnungsanlage ist aber der sag angebracht nein rinoa warte ich weiß nicht mehr wie ich da hinkomme keine ahnung behindert welche hoch na ne das ist doch nur er leones zimmer oder nicht ich hab doch keine ahnung schlug ach scoren alleine seht der mut slow motion slow motion nicht fehlen rein apan Da kann man nur sagen Amen Oh Gott Die Monsterhorde Sie fließen in Richtung Esther Wahrscheinlich zum Tearspoint Heißt das, dass das die Lunatic Pandora am Tearspoint ist? Woher? Habt ihr ein Mädchen gesehen? Sie ist in die Umkleidekabine dort Oh dort Seh nicht, wo dort ist Wahrscheinlich hier Hier war ich vorher glaube ich noch nicht Umkleidekabine dort Renor dort Gib mir Raumanzug Nein, noch nicht Renor Und sie Okay, muss ich jetzt den Raumanzug anziehen? Anscheinend ja Renor Wenn ich hier rein darf Oh Gott, ich hab diese Stelle gehasst Zum Glück hab ich jetzt ein Safe State Dingsbums Lass mich rein Jetzt darf ich schon Ja, jetzt darf ich schon hier steuern Oh Gott, ist das behindert Hm, was ist? Wer bist du? Der Monsterstrom nähert sich dem Adelsarck Ja Das ist scheiße Wenn das so weitergeht wird auch der Adelsarck auf Esther fallen Oder mitgerissen werden eher Warum ist das zugemacht worden? Muss doch da hin Scheiße Sorry Hallo Ich will doch raus Wieso geht das nicht? Ich seh nicht mal, ob ich noch darauf zuschwebe oder nicht Die Hexe atomisieren Los, jetzt mach mal Auf hier Ich glaube nicht, dass ich Irgendwie was erreiche Wenn ich hier so gegenschwebe Ne Kann man hier irgendwie aufmachen? Hier kann ich nicht raus Ich muss zurück What the fuck? Ach ja, genau Man muss nur sehen, wie Rinoa verschwindet Und das war's Ja Und nichts weiter Ganz toll Stimmt Ich hab's auch vergessen Dass es irgendwie anders war Ich weiß aber nicht mehr wie Jetzt wir hier in eins der Löcher kriechen Ah Ich seh nicht, wo ich lang bin Hallo Hilfe Bin verwirrt Hallo Ich hasse diese Stelle Vor allem mit dem Analogstick Der nicht so richtig gut reagiert Boah, Alter Ich weiß es doch nicht So Ich flieg jetzt einfach wieder in Richtung Kamera La 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 Vielleicht hilft das ja Der muss ich auch nach oben Keine Ahnung, ehrlich gesagt So Und jetzt Scheiße, Alter Ich hab keine Ahnung Kamera, ich komme Yay Planlos im Weltraum, ey Naja, nicht wirklich Ah, ich fahr so nah dran Das Ziel ist, die Kamera zu fangen Nein, ist es nicht Das Ziel ist, einfach aus dem Bildschirm rauszuschweben Nein, ich will nicht wieder da hin, Mann Gottes Willen Kann ich ja eh nicht raus Aber wo denn dann? Hallo Wo komme ich raus? Vielleicht hier Hier ist es jetzt zu gefährlich Wir müssen die Luna-Basis evakuieren Ruckelmonitor Der Bildschirm Wir müssen raus Schnell zu der Rettungskapsel Ich sagte doch, ich kann nicht Warum muss das denn hier so Rockheimat Spielen sie jetzt bloß ich den Helden Ich schreibe mich, ob andere Leute dieses Problem auch hatten Wahrscheinlich nicht So, weiß ich jetzt, wo die Rettungskapseln sind? Nein Ah, ich darf noch nicht steuern Ey, du da Du musst Elione beschützen Ja, wenn du mir sagst Wie? Dann mache ich das gerne Ich habe doch keine Ahnung Ehrlich gesagt Da liegt jemand Nur mal so Wollte ich nur mal so anmerken Vielleicht muss ich hier raus? Scheint nicht so Was zum Teufel muss ich machen? Hallo Unglaubliche Kräfte Ja, schön Geh in Rinoas Sarg rein Vielleicht hilft das ja Vor allem sag ich so Sarg, weißt du Ich meine, ich habe eine Ahnung, aber Ich habe keine Ahnung, wie man da hinkommt Das ist so verwirrend hier alles aufgebaut Du bist bestimmt in den Kontrollraum Moin So Endlich weiß ich mal, was ich machen muss Ich habe keine Ahnung, wie man da hinkommt Ich habe keine Ahnung, wie ich mich mache Buh-U-U-Z-A-R-K Buh-U-Z Buh-U-Z-A-R-K Buh-U-Z Buh-U-U-Z-A-R-K Buh-U-Z Buh-U-Z-A-R-K Buh-U-Z-A-R-K Na weg ist die gute Wir müssen hier raus, wir sind hier nicht mehr sicher, er kommt alle mit Verdammt, können wir denn nichts tun? Nö Hallo Wieso funktioniert das bei euch, aber bei mir nicht Oh, langsam regt mich dieses Spiel auf Ich sage euch, langsam regt es mich echt auf Skorl, mich musst du nicht beschützen in deinem Gesicht Rinoa Gedanke von Rinoa, er ruft nach dir Bring mich bitte zu Rinoa Ja, wie denn? Ich weiß nicht, ob ich das kann Ich kann für nichts garantieren So, muss ich jetzt vielleicht mit ihr mit? Nein, nicht Weil Skorl zu blöd ist, den Aufzug zu bedienen mit seinen Kmuschen Handschuhen O Neh Ich weiß nicht, obUR Ich weiß nicht, obSC Holiment Es hättet mich Ich weiß auch nicht, ob Bour�� Ich bin Ich weiß das war übrigens der Sarg von Adele, der da reingesaugt wurde. So, hier ist noch ein Speicherpunkt, den benutzen wir jetzt auch mal, damit wir wieder einen normalen Safe haben, einmal speichern bitte, Dankeschön, Quicksafe noch gleich hinterher, sollte immer auf, muss ich hier gehen und zweimal speichern, Elione, ich flehe dich an, es ist das erste Mal, dass ich glaube, etwas unbedingt tun zu müssen, okay, Elione nur, äh, bring mich, bring mich zu Renoir, und sie, okay, na gut, ich kann mir nichts garantieren, willst du das trotzdem tun, schnell auf die Position, okay, wo ist denn meine, hier, oh, der Helm von ihm hat so ein bisschen davon rumgeglitscht, Oops. zurück zum Gefängnis, Urban Kineas. Das war zu weit zurück, deutlich zu weit. Befehl von meinem Vater, wir fahren nach Denk City. Das war, glaube ich, nach dem Wüstengefängnis. Ah, und was soll das? Wir müssen den anderen helfen. Es dreht das Auto, glaube ich. Oh, wie war das ich? Die kommen schon klar, wenn es brenzig wird, werden sie schon fliehen, haha, oder willst du das wissen? Skor sagt bestimmt, wir haben unsere Befehle und, äh, wird dort ewig bleiben. Das kann ich nicht zulassen, deswegen müssen wir sie rausholen. Ja, ja, das war das mit der, mit dem Gefängnis. Wenn sein muss, mit Gewalt. Wie sie sich einfach wieder reinstopft. Aua. Ja, deswegen muss ein guter Stoß haben. Schon gut, ist ja schon gut. Und dann fahren sie wieder zurück. Der Regenfalls vorne? Nö, ich weiß nicht, wo er den her hat. Ich will den Gleichen haben. Der sieht wirklich gut aus. Äh, okay. Der mit irgendeinem Monster drauf, oder? Genau. Muss ich mal anders hinsetzen. Äh, ich kann schon wieder liegen sitzen. Äh, ich werde den machen. Ich habe Übung darin. Äh, okay. Wirklich, juhu. Da freut sie sich. Ich frag mal Squall, ob er mir den leid. Ja, das wissen wir ja schon. Nein, bitte nicht. Warum nicht? Das ist mir etwas peinlich. Hä? Ist ja auch die Theorie, dass, äh, die Noah Artemisia aus der Zukunft ist. Also, äh, ja. Oder in der Zukunft zu Artemisia wird. Aha. Weil sie ja auch diese Sponsor hat. Ist genau so High Schilling. Ha. Gf. Nein, nein, das ist nicht so. Deswegen, aber ich weiß nicht. Ist für mich ein bisschen wenig Hinweis darauf. Nein, Elione. Das war zu weit zurück. Du mir leid, Spohr. Ich werde es nochmal versuchen. Ja, sie kriegt das aber nicht hin. Jetzt klappt es, glaube ich, oder? Oder mein Emulator hängt sich auf. Wo bin ich? Gebärmutter. Zu früh. Ja, das ist richtig. Das war damals. Na ja, die Noah. Da ist sie. Artemisia. Zack, er ist hier reingegangen. Oder schon in ihr drin gewesen. Weitemann nicht so genau. Also, es wird daraus irgendwie nicht richtig ersichtlich. Und sie so, äh, Cypher. Ich hab dich immer noch lieb. Obwohl du natürlich gedreht bist. Das ist nicht Renoir. Ne. Ja, doch. Schon. Mein treuer Ritter Cypher. Die Hexe lebt. Die Hexe befiehlt dir. Artemisia ist die Hexe aus der Zukunft in Renoir? Ist sie von Ideia übergewechselt? Äh, ja. Wo ist Renoir? Suche die sagenhafte Lunatic Pandora. Die in den Tiefen des Ozeans schlummert. Die Hexe wird dich danach in das Reich der Träume führen. Genau. Renoir, wo bist du? Antworte mir. Nur, dass die Lunatic Pandora sich zu dem Zeitpunkt nicht mehr im Ozean befindet. Glaube ich so. Wenn sie fehlen, dann, äh, äh, hab ich schnisch mitgelesen. Ich bin so müde schon. Squall, ich habe Angst. Da ist sie. Renoir. Erschrecken. Wer ist da? Verschwinde. Renoir. Ione. Ah ja, genau. Weißt du nun, was mit Renoir passiert ist? Hast du die Vergangenheit abgewendet? Äh, nee, abgewendet nicht. Nein, was soll ich nur machen? Du hast einen Rollerzug an. War derselbe Ausdruck wie damals, als du noch klein warst. Wie ein kleines Baby. So hilflos und süß. Äh, what the fuck? Ich erinnere mich nicht. Ist schon gut. Wichtig ist nur die Gegenwart. Ich habe es endlich begriffen. Ich habe es endlich begriffen. So, warte, ich muss mal irgendwie meine Seite aktualisieren. Das hat sich nämlich gerade, äh, alles wieder aufgehangen hier. Deswegen sehe ich überhaupt nicht, was abgeht. Ich sehe auch kein Chat. Ich sehe kein gar nichts. Wahrscheinlich, äh, schreibt auch keiner. Warum auch? Warum sollte man auch schreiben? Das ist doch sowieso langweilig. So, mal kurz gucken. Was lädt hier alles? Lädt alles, aber es passiert nichts. Pfeif drauf. Ich weiß ja, dass der Stream läuft. Einfach weitermachen, näh. So. Du meinst, mir bleibt nur die Möglichkeit, sie in der Gegenwart zu retten, oder? Geht zu Rinoa. Eure Gedanken sind eins. Reitscroll in die Vergangenheit. Die der Zukunft am nächsten ist. Say what? Ach ja, da schweben wir jetzt. Lebenserhaltungssystem noch 15 Sekunden. Oh, das ist nicht sehr lang. Merkwürdigerweise. Naja, ihr werdet schon sehen. Ob ich das überlebe? Das ist Rinoa, nämlich wieder Rinoa. Ich sehe wieder Zuschauer. Angeblich drei Stück. Wie eigentlich? Wie eigentlich? Wie eigentlich? Ganz schön lange 15 Sekunden. Ich kann nichts machen. Ich werde da hingetrieben. Durch die Welt auf. Allein bin ich so hilflos. Noch null Sekunden. Das war wirklich sehr lange 15 Sekunden. Und sie so, ach, das war's. Und dann trotzdem, merkwürdigerweise, warum auch immer, because, sorry, überlebe ich. Und sie schwebt ganz langsam auf die Kamera zu. Sie schwebt durch das Meer von Pixeln. Wie gesagt, Remake von Farnfinance 8 wäre ich gerne dabei. Überlebe ich es nicht. Aber das werden wir wohl erstmal nicht zu Gesicht bekommen. Ich kann nichts machen. Ja, Rinoa, das hast du gerade auch schon mal gesagt. Treib einfach weiter dahin. Lebenserhaltungssystem außer Betrieb. Ach so, gerade noch null Sekunden. Und, äh, zehn Minuten später, jetzt außer Betrieb. Because reasons. Ich kann nicht. Aber ich frag mich dann, wie sie trotzdem überlebt, weil, naja, wie wir ja alle wissen, dauert das noch ewig, bis wir Rettung erfahren. Ich kann. Und das ist das Merkwürdige daran. Vielleicht ist die Anzeige ja kaputt gewesen von dem Lebenserhaltungssystem. Nicht. Nicht. Nicht aufgeben. Dün, dün, dün. Bleib euch nicht aufgeben, wenn du kein Schein gehst. Ich habe Durst. Ich werde im Alter hingetrieben. Ja, aber da kommt doch gleich ein edler Retter. Nein, Rinoa. Das war, bist du das? Jupp. Rinoa. Das war, bist du das? Game Over Einen Rinoa denk nach Über wat? Wie schön das ist im All rumzuschweben Du musst nach den den gen nach den und dann hat sie sterben um ein sound pack drum das klingt wie so ein Hubschrauber jetzt nicht mehr what the hell is happening boah das zieht sich hier doch das ist ein Auge so ein Auge das ist ein Auge das ist ein Auge das ist ein Auge Vielen Dank. Vielen Dank. ...weiter leben? Was? Wie? Warum? Ganz einfach, weil Squall tot ist und alles, was nur in seinem Kopf stattfindet. Guck doch mal, wie unlogisch das ist. Squall. Squall so, ich reite dich. Da schwebt gerade etwas davon, was auch immer das ist. Hätte ich mich ins Stopp klart, wäre so der Helm abgeflogen und so der Kopf so eingefroren. So wie das in, ich weiß nicht, Mission to Mars ist das, glaube ich. Lord Vader, rise. Ich gehe zu Rinoa. ...du hast mich gar nicht gebraucht. Ja, ja, blablabla. Danke, Schwester, Hertz. warte alt wie willst du zurückkommen treibstoff und sauerstoff werden im nu aufgebaut sein ihr werdet beide da draußen krepieren also egal ist es besser jetzt passt das geräusch meiner dampf auch gut zu dem atemgeräusch von dem anzug passt doch irgendwie oder ach ja jetzt muss man rinoa suchen da ist ich sehe schon weiß nur nicht mit welchem stick man steuern muss also ich sehe schon scroll aber anscheinend nicht weiter zur seite scroll ich muss sie von vorne erwischen nein von hinten ist da immer besser sie wird vorbeitreiben und ich sehe es schon kommen ich habe mich vor safe stated ich sehe sie ja nicht mal mehr hallo hallo wo bist du einfach mal nach oben gehen mit der kamera vielleicht sieht man sie ja dann ich glaube ich habe sie verloren nicht mehr vier sekunden über hey noah wo bist du du bist aus dem bildschirm geflogen und seitdem sehe ich dich nicht mehr das ist höchst ungeeignet hier gucke ist weg ist einfach weg ich glaube ich glaube game over das erste mal in diesem spiel ich sehe sie nicht mehr sie ist einfach weg vielleicht habe ich mich in die falsche richtung gedreht dann verkacken wir jetzt halt mir doch egal das kann ich auch nicht mehr steuern passt die musik doch was macht man dann eigentlich wenn man jetzt im spiel das so also ohne safe state das verkackt hat ich kann jetzt den safe state einfach wieder neu laden aber mein what the hell renoa treibt für immer durch den weltraum noch einmal probieren aufhören und game over wird die flugrichtung rapide geändert Achtung erhöhter treibstoffverbrauch what the fuck seit wann kann man das denn machen renoa wo bist du ja da ist renoa ich werde jetzt wohl hier mal gas geben so schön in die mitte kriegen die olle ich muss die vorne erwischen von vorne erwischen ja das sieht doch schon besser aus noch ein bisschen in die mitte kriegen ist noch nicht ganz die mitte oder so das sollte jetzt passen voll geil weißt du da steht so renoa treibt für immer durch den weltraum und dann so nochmal versuchen what the fuck man muss verstehen komm renoa du schaffst es flieg in meine arme ein edler retter jetzt würde sie uns normalerweise auch schon sehen so mehr mitte geht gar nicht oder halbwegs das würde schon reichen ah ich verstehe jetzt kann ich nicht mehr steuern das ist natürlich doof dann fliegt sie jetzt über mich drüber vorbei das sieht ganz gut aus ja sieht gut aus jetzt so das hat doch gepasst zack und einmal löffelchen läuft bei scroll ich weiß sogar wer es ist das ist nicht toll sie weiß absolut was abgeht kommt da jetzt noch was ich habe deine stimme gehört ja schön sag jetzt nichts ob wir gerettet werden ich werde dich retten ja aber wie denn kein treibstoff da ist die linksbums fast kein sauerstoff werden wir wirklich dahin treiben oder der atmosphäre verdunst und verdunst kann ich denn renoa retten insand die airship ex machina ginoa halte dich fest kann man das eigentlich auch verkacken weil das sieht immer so aus als wenn man von dem schiff zerquetscht werden würde aber ich glaube kann man nicht ich glaube das kann man nicht verkacken vielleicht auch doch so oh hier man kann steuern hallo schiff holy shit man muss nur irgendwie gegen das schiff gegen klatschen oh hier kann ich sogar schneller machen haltet euch am schiff fest und verfehlt nein alles gut ich glaube das kann man nicht verkacken das wäre auch ein bisschen unfair da steht er s h 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 Obwohl, nee, das ist keine Eins, das ist einfach nur so ein Strich Steht nämlich ebenfalls vor dem E Willkommen an Bord der Esther Nein, Spaß Oh Gott, jetzt kommt gleich eine Stelle, die wieder ein bisschen nervig ist Aber mein Gott Nicht allzu schlimm Hey, hier müssen wir richtig sein Hier gibt es sogar einen Speicherpunkt Auf jeden Fall speichern Danach muss ich koppeln Denn danach werden wir ein bisschen kämpfen müssen 47 Stunden spiele ich schon Naja, nicht wirklich, weil ich habe auch Häufiger mal einfach laufen lassen Während ich irgendwas nachgelassen habe Sauerstoff ist vorhanden Da musst du noch die Klappe darum zu machen Gravitation, okay War's okay Achso, ja Dann können wir auch jetzt koppeln Äh Truppe Priesties war glaube ich der Squall War das richtig? Und Renoir war der Xcel Ah, passt schon Ich denke mal so stark sind die Gegner nicht Und wenn doch Haben wir eben gelitten Zwei Stück Von der selben Farbe Hintereinander Das weiß ich wohl noch Und sie so Dankeschön Dafür gibt es nachher auch was feines Was ist? Danke Squall Ah Du hast mich wieder gerettet Ich schulde dir sehr sehr viel Oh Keine Ursache Mir war einfach danach Und sie so Komm Umarmen Was? Der Raumanzug Hat vorhin gestört Hä? Schmatz Schmatz What the fuck? Schmatz Schmatz Ganz fest Na komm Schmatz 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 Wir leben Wir haben gerade noch überliebt Du hast recht Wir leben Aber unsere Lage Du verstehst Hat sich verbessert Auf jeden Fall Willst du auch noch länger leben? Du willst doch Zurück zu den anderen Jop Keine Vergangenheitsform Keine Vergangenheitsform Ach so So ist es So Jetzt können wir Propos 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 Keine Ahnung wie die Viecher heißen Propagator Oder Propogator Ach ich weiß es doch nicht Was? Da unten Was ist das? Keine Ahnung Ich würde mal sagen Space Alien Die sehen nicht sehr freundlich aus Vorerst wollen wir unentdeckt bleiben Das könnte gefährlich werden Wir sollten die Kopplung überprüfen Yay Das habe ich schon gemacht Jetzt kommt diese komische Orkword Musik Also da unten ist ein Nilandes gewesen Mist zugesperrt Müssen wir unten lang? Ja Man muss halt immer zwei von derselben Sorte hintereinander töten Sonst respawnen die wieder sozusagen Die sind glaube ich nicht sehr stark Aber Also den müssen wir jetzt mal eben so platt machen Ah Okay Uns wird es abgenommen Vom guten Odin Das dürfte das erste Mal sein Dass er kommt Oder? Hallo Odin Danke So muss ich nicht kämpfen Und tschüss Das war Propagator 1 Allerdings ist es glaube ich Unmöglich Den zweiten davon zu finden Und dabei nicht In einen anderen reinzurennen Ich hätte übrigens auch schleichen können Dann hätte ich glaube ich Dann wäre ich glaube ich Unentdeckt geblieben So das Ding Äh Bevor ich das jetzt mal Mal gucken Äh Nein Achso warte mal Stopp Red's the court rule Ja gut Du kannst nichts mehr lernen Du kannst glaube ich Nichts mehr lernen Du kannst auf jeden Fall Noch was lernen Nein kannst du dich Brothers darf Weiter HP 40 lernen Meinetwegen Möchte nichts gegen Äh Treffer Ich weiß nicht Ah ok Gabankl Auch gut 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 Ja das brauchst du jetzt nicht mehr lernen Denn du kannst jetzt Stärke 60 Ja Kannst du Äh Dann lernst du das So was kann der noch lernen Geistkopplung Meinetwegen Mir doch egal Der Angriff Ja Erstschlagen Das war alle Ok Wie gesagt Der ist jetzt kaputt Aber Bin mir halt ziemlich sicher Dass man Nicht den zweiten Liedern entfinden kann So leicht Da ist ein roter Oder orange Wir müssen uns halt merken Wo welche Viecher liegen Denn nur wenn man alle davon platt macht Kann man glaube ich auf die Brücke Da ist ein grüner Hallo Hallo Ah Er geht sogar wieder zurück Stimmt den muss man platt machen Um da weiter zu kommen Ist das doofe Ah ich seh schon Die letzten 50 Minuten Die shoppen wir auch noch Hier zu verschwenden Kann man hier eigentlich auch lang Oder warte Kann man da unten durch die Tür Ach bin ich ja gerade Hm Er nützt ja nichts Wir müssen ja irgendwie weiter So an dem mal vorbei Lila Nummer 2 suchen wir Da ist Lila Nummer 2 Da dürften die beiden Nämlich dann schon weg sein Opa Gator Hoffentlich ist der nicht so stark Dass er Na mal gucken Ah ich hätte vielleicht noch Stärke 60 anlegen können Bari Was ist denn Bari Ein Engel Lass mich raten Sie ist jetzt unverwundbar Für ein paar Runden Keine Ahnung So wie viel halten die nochmal aus Ich weiß das gar nicht mehr Und tschüss Das war Renoir Blende Das ist nicht toll Äh alter ich hab nur eine Phönixfehler What the hell Warum hab ich dann nicht Dingstens benutzt Engel Kann der Score doch Renoir Hilf mir Nein Kack Die schweigen auch noch Alter Hä wieso bin ich nicht mehr geblendet Achso weil gerade auf mich gezaubert wird Ja Item Ne Hab ich denn irgendwas dagegen Junge Junge Der will es aber echt wissen Scheiße auf Megapille Nach dem Video muss ich erstmal einen Quick Save machen Ja schweigen ist mir egal Kannst du gerne zaubern Und ich muss Stärke 60 anlegen Mit Squall Ganz wichtig Miss Ja ist ja auch klar So das geht zu Uiuiuiuiui Blitzka kannst du auch noch Du fetter Bursche Hoffentlich zieht das nicht so viel ab Ach wie süß Ja damit kann ich leben So mein lieber Jetzt kriegst du mal ein bisschen aufs Maul Mal lernen wo dein Platz ist hier Sollte wohl gereicht haben Nein Doch Gott sagen ey Das sind so Minis Sin Sinspawns Zumindest erinnert mich das Fieh ich immer an die Eine Sin Spawn aus iste Wenn wir sie sehen Der erste richtig schwere Gegner Oder Endgegner Ich bin der Endgegner Ich kenn jeder Äh so Moment Zauber Hast du Engel Ja hast du Äh Deid Ich glaube, ich lasse Quar mal so. Und Reno heilig. Und mache einen Quick Save. So. Wenn ich das richtig verstehe, waren das jetzt beide Lila. Das heißt, jetzt müssen wir gucken, okay, wo ist die nächste Farbe. Orange und Grün haben wir schon gesehen. Das heißt, einen von den beiden könnten wir uns jetzt packen. Hier ist ein Grüner. Das heißt, wenn wir den bekämpfen und dann wieder zurückrennen, um den anderen Grünen herauszufordern, dürften die beiden Spezien dingstens schon mal weg sein. Hallo, du bist hässlich. Und ich habe schon wieder vergessen, Stärke anzulegen. Alter, haut das Ding rein. Junge, Junge, Junge. Das muss ich aber ganz schnell ein Dingstens machen. Na, hau mal ruhig, Renoir. Da habe ich kein Problem mit. So, jetzt kriegst du auch's Maul, das schwöre ich dir. Wenn du peckert, ist sogar ein Herzensbrecher. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Zwar nur, aber Blaster auch noch hinterher. Na, immerhin. Hui, das hätte, das hätte gerade fast einen Toten-Squall aufmachen können. Übertrieben lange Cutscene, was total sinnlos ist. Ne, kleiner Leck. Macht ja nichts. Musst du einmal gucken, ob hier alles läuft. Ja. Das war der. Das war jetzt aber. Ultima-Stein. Holy moly. Kann man bestimmt von den Dingen auch noch klauen. Das war der Kollege. Jetzt äh, wollte ich, äh, nachschauen. Ability. Stärke. Ja, sie hat schon Stärke. Squall kann Stärke plus 60 dazu nehmen. Jawohl, 209. So muss das. Das ist vernünftig. So, ich zauber jetzt mal einen Wiegra auf den Squall. Obwohl, vielleicht macht das Sinn, ihn in dem Bereich zu lassen. Egal, was soll's. Bisschen HP. Bisschen mehr HP können nicht schaden. So. Wenn ich das jetzt richtig gemacht habe, müsste das Lina-Vieh hier weg sein. Oder auch tot rumliegen. Ja, es liegt tot rum. Das ist gut. Das heißt nämlich, dass wir auf jeden Fall die Richtigen getötet haben bis jetzt. Ja, genau. Er hier. Ah. Lass mich in Ruhe. Mag dich nicht. Ich bin rot. Und hier war der zweite Grüne, glaube ich. Oder war's ein Gelber? Ich hab keine Ahnung mehr. Ja, für mich ist das Grün. Hello. So. Wenn der down ist, dann fehlt, glaube ich, noch der rote und noch einer. Ich weiß auch nicht mehr welcher. Gelber, glaube ich. Einfach angreifen. Fertig. Jawohl. Das ist doch mal Schaden. Guck dir das an. Ein Ding. Ein Blow und das Ding ist weg. Und wenn Squall jetzt noch zusätzlich Stärke 40 hätte, dann würde er verdammt viel Schaden machen. So, jetzt gehen wir mal an dem Burschen vorbei und gucken mal, wo wir dann landen. Hier sind wir und Speicherpunkt. Kann man hier nicht weiter? Oder ist hier wirklich nur das Ding? Anscheinend, ja. Denn hier gibt es nichts mehr. Aber auch durch das Ding hier durchlaufen. Das ist merkwürdig. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das war ja aber nicht. Scheint wohl so zu sein. Dann haben wir noch den roten, richtig. War denn oben noch gleich? Achso, das war versiegelt oder so, ne? Na, wir suchen uns einfach mal einen Weg. Da ist der Rote. Dahinter ihm ist noch eine Tür. Ich weiß nicht, ob die aufgeht. Äh, ich gehe mal weiter und gucke, was ich noch finde. Hier war der zweite Grüne. Notsicherungsmetrie. Wegen Gefahr im gesamten Areal ist das Betriebnis Coppets verboten, ja. Sperre entriegelt. Ah, das war eine Sperre. Das war wahrscheinlich schauen. Ah! Da ist der nächste Rote. Sehr gut. Den brauchen wir ja auch. Oder ist der eher orange? Für mich sieht der Rote orange aus. Auf jeden Fall hässlich. Das kann man schon mal sagen. Und Dunk! Das war dein Todesurteil. Denn zwei Schläge überlegt es auf keinen Fall. Nicht mal einen. Tschüss. Moin, Rave. Schön, dass du wieder da bist. Ah! Keine Zeit zum Schauen. Äh. Ob es bleibt beim Streamen mit Sonntag? Ich glaube, ja. Ja, eigentlich schon. Hatte ich auf jeden Fall vor. Ja, 12 Uhr. Sonntag 12 Uhr bleibt. Fertig. Alles, Basta. So, nach 12 Uhr kannst du gerne wieder einschalten. Dann machen wir wahrscheinlich das Spiel schon fertig, so wie ich mich kenne. So, wo war der zweite Rote jetzt noch? Müssten wir mal schauen. Da. Hallo. Und dann fehlt, glaube ich, noch der gelbe. Und dann haben wir alle. wenn es überhaupt so viele waren. Ich weiß es nicht mehr. Die sind so hässlich, die Dinger. Guckt euch die Dinger an. Was ist das? Und voll in die Fresse. Ja, sehr schön. Bis Sonntag, Rave. Macht's gut. Tschüss. Und noch ein Ultima Stein. Hey, Squall benutzt noch Ultima, oder nicht? Hm, naja. Wir können uns mal sowieso ganz viele Ultima zauberholen. Hier ist auch noch eine Sperre. Nein. Nicht entriegeln. Nein. Okay, dann müssen wir uns jetzt mal ein bisschen weiter umgucken noch. Wo noch Wege und Möglichkeiten sind. Einen Gang habe ich auf jeden Fall noch nicht überprüft. Warte mal, kann man da nicht auch weiter gehen? Oder ist das auch gesperrt? Ne, kann sich nicht übergehen. Jetzt haben sie aber auch nur gemacht, um den Abschnitt hier länger zu machen, habe ich so das Gefühl. Ich weiß nicht. So, dann gehen wir mal in die Richtung. Da dürfte Geld Nummer 1 sein und hinter uns Geld Nummer 2. Dann hätten wir ja alle. Ja. Äh, okay. What the fuck? Ist auf jeden Fall die letzte Art. Na komm. Ah, okay. Dann sind wir wieder der Kampf abgenommen. Ist das nicht ehrlich? Ist das nicht zauberhaft? Einer meiner Drähte ist gerissen. Hallo, Odin. Manchmal bist du ja doch ganz lustig. Ich meine, bei den Viechern ist das zwar jetzt nicht so wichtig, weil, naja, die sind eh nicht stark, aber... Du hast uns jetzt immerhin schon von zwei dieser Teile erleichtert. Flair. Siehst du, ein bisschen AP kriege ich auch noch. So, der hat einen... Der schiebt einen, glaube ich, immer raus. Weil das so der letzte sein soll, den man angreifen soll. Es war egal, wer ich nicht von den beiden als erstes nehme. Hier müsste der zweite sein. Oder auch nicht. Aber hier ist ein Drawpunkt. Engel. Wo ist der letzte? Wo ist der letzte? Ich habe ihn noch nicht gefunden. Oder waren das schon alle? Nee. Also irgendeinen Weg habe ich übersehen. Aber das finden wir schon. Oh, hier ruckelt es aber richtig. Kann man hier irgendeine Sperre einriegen oder so? Ein Bericht über die Welt. Allmonster, die sich im Schiffsinneren fortpflanzen. Die Monster im Schiffsinneren wurden beseitigt. Für den Fall, dass sie sich wieder ausbreiten. Hier ein Untersuchungsbericht. Körpergröße 3 bis 6 Meter. Es sind Individuen mit kriegerischen Eigenschaften. Fleischfresser als Nahrung dienen Lebewesen. Auch Menschen. Äußerste Vorsicht ist geworden. Sie können durch konventionelle Waffen unschädlich gemacht werden. Ihre Existenz begründet sich wie folgt. Die Gesamtheit bildet eine Einheit. Acht Wesen sind Individuen. Zugleich aber auch eine ganze Einheit. Wenn man zum Beispiel ein Individuum... Ja, das weiß ich doch alles. Ich verspringe das mal hier eben so ein bisschen. Ja. Wo ist denn das letzte Individuum? Wow, ein Ruckölraum. Scheiße. Bitte beachten Sie die BlaBla. Viel Erfolg. Hm, das heißt wir müssen immer die gleichfarbe Monster kennen. Oder was machen wir denn die ganze Zeit? Darf ich jetzt wieder? Danke. Boah, wo gilt das? Puh, normales Tempo wieder. Also welchen Weg habe ich übersehen? Da unten war ich schon. Da war nix. Da war die komische Brücke oder was das war. Hier können wir nicht langen. Ich habe keine Ahnung, wohin wir laufen müssen. Da hinten ist ja auch zu. Hier ist zu. Komm ich nicht durch. Und da ist ein Drawpunkt. Sehe ich gerade. Vitra. Oh, Yurinor. Hast du ein paar Vitra? Ha. Ich bin doch etwas verwirrt. Wo ist das letzte Vieh? Wo hat es sich verkrochen? Keine Ahnung. Ja, da waren wir ja schon. Vielleicht ist es jetzt ja da, wo wir reingekommen sind ins Schiff. Das ist der einzige Ort, wo ich jetzt noch nicht nachgeguckt habe. Ja, Tatsache. Da steht er plötzlich. Merkwürdigerweise ist er erst erschienen, als wir dort waren. Naja. Das ist der letzte. Danach können wir auf die Brücke und endlich weitermachen. Meine Güte, ey. Wir haben uns schon viel zu viel Zeit verschwendet. Aber naja, so ist das manchmal. Kann ich mich ändern. Morgen heißt es früh aufstehen, dann nach Düsseldorf fahren und dann Bowling spielen. Mit einem guten Kollegen von mir. Oh, das wird Spaß. Dann werde ich ihn mal wieder rund machen, nach allen Regeln der Kunst. Denn das ist, was ein Tentenmaster am liebsten macht. Andere Leute mit dem Bowling erniedrigen. Ja. So, meine Damen und Herren. Ich glaube, wir sind fertig, oder? Unfassbar. Und darauf erstmal ein Safe State. Tschüss. Verrecke, kommen nie wieder. Und jetzt müssten alle anderen Viecher nämlich verschwunden sein, wenn ich das richtig sehe. Ja, seht ihr? Kein rotes Viech mehr. Alle hinüber. Muss ich nur den Weg wieder zur Brücke finden. So. Ach, Gott sei Dank. Das hat viel länger gedauert, als... Ich dachte. Gottes Willen, ich muss die ganze Zeit hier aufschossen. Wah. Sollen wir das Ding steuern? Ich kann es nicht. Einfach versuchen. Scroll, das Gerät sagt etwas. Da ist die Erde. Wo ist der Lautstärkeregler? Hier spricht die Luftkontrolle. Hier ist die ESTA Luftkontrolle. Das ist doch... Flugschiff Ragnarok, bitte melden. Flugschiff Ragnarok, bitte melden. Funkspruch. Hier ist die Luftkontrolle. Flugschiff Ragnarok, bitte melden. Und wir so... Yeah. Wir werden überleben. Ach stimmt, wir treiben immer noch. Oh, wie süß. Sie umarmt uns. Heißt dieses Schiff Ragnarok? Wow, ist das wirklich Ragnarok? Ihr seid im Weltall, oder? Ich weiß nicht, wo genau im Weltall. Roger, Roger, deine Position ist uns bekannt. Können wir zurück auf den Planeten? Ragnarok, nach 17 Jahren kommen wir heil runter. Überlass das uns. Du müsstest noch genug Treibstoff haben. Es genügt, wenn du die Position für den Wiedereintritt eintippst. Wenn die Atmosphäre erreicht ist, werden wir dich hineinlotsen. Na, erleichtert? Was muss ich denn eintippen? Keine Sorge, wer klärt dir alles? Bist du gerade im Pilotensitz? Da sind mehrere Sitze. Der Sitz auf der rechten Seite. Sag Bescheid, wenn du ihn erreicht hast. Ah, es wird alles gut. Halbwegs. Bevor die Zeit komprimiert wird und alles. Aber das ist eine andere Geschichte. Das kommt später. Sitze im Pilotensitz. Siehst du das Bedienungspult? Ja, sehe ich. Und nun an ist es simpel. Tippt die folgenden Daten ein. Dann leg mal los. W, J, H, E, I, E, Schräg, Schräg, Schießmich tot. Eingedippt. Danach 287, Schießmich tot. Eingedippt, ja, ja. Ganz simpel, ne? Irgendwelche Fehlermeldungen? Alles okay. Ach ja. Um sicher zu gehen, wollen wir noch eine Sache tun. Eine Maßnahme, um den Treibstoffverbau zu senken. Schalte die Gravitationsanlage bitte aus. Der Schalter befindet sich... Wie soll das den Treib... Ich frag gar nicht erst. Den hier. Es fängt Renor an zu schweben. Scroll auch. Sehr gut, Ragnarol. Alles in bester Ordnung. Jetzt kommt hier Pornomusik. Ich weiß nicht, ob das hilft, aber wir möchten noch etwas sagen. Gesamt erster Luftkontrolle wünscht dir viel Glück. Danke. Oops. Dura Barrel! Dura Barrel! Use the boost to get through! Ja. Ja, ja. Yay! Scroll ist bekloppt. Hock dich drüben hin. Schneide dich an und bleib ruhig. Guts. Ob wir heil zurückkommen? Äh, ja. Wahrscheinlich, ja. Setz dich hin und schneide dich an. Nur noch ein bisschen. Und warum klebst du an mir herum? Scroll. Du magst es nicht. Ihr Chrome ist veraltet. Bin das nicht gewohnt. Oder als Kind? Hast du dir nicht wohlgefühlt, wenn dich deine Eltern berührt? Äh, äh. Ich kenne meine Eltern. Ich bin mir in Erinnerung. Ich war in Ideas Waisenhaus zusammen mit vielen anderen Kindern. Aber Eleone war immer da. Dann hat der Eleone ihn berührt. Äh. Die Eleone war für mich da. Sie hat mir immer die Hand gehalten. Vielleicht auch noch was anderes. Du hast dich doch geborgen gefühlt. Ich denke ja. Aber sie ist verschwunden. Wir wurden getrennt. Ich glaube, deswegen habe ich Angst vor Ruhe und Geborgenheit. What's wrong with your face? Du meinst, weil es mal verloren gehen könnte? Oh Gott. Ein Gesicht, was verloren gehen könnte. Das erinnert mich an diesen Flashback, den man... Oder an diesen Dickens, was man später hat. Gut, dass ich nicht tippen muss. Dann könnt ihr auch mal selber lesen. Und ich kann ein bisschen dampfen. Meine Güte. Und ich kann ein bisschen dampfen. Und ich kann ein bisschen dampfen. So, jetzt habe ich mal ein bisschen gedampft, jetzt kann ich hier auch wieder mit dran Teil haben, ich finde das witzig, wie Renoas Haare immer so stehen, als wären die irgendwie steif geblasen im Wind oder so, oder mit Geel irgendwie fixiert, ich gucke, das ist eine so eine Scheibe, guck mal, ja gut, jetzt könnt ihr sagen, das liegt daran, weil Schwerelosigkeit ist und so, aber, what the fuck, das ist doch ich immer so bei der, da reden sie gerade über bla bla bla, hier ist der Lufthaben, wir haben ein paar Fragen, seid ihr gay, Rettungskapsel und nur was ist geborgen, wissen wir einfach, was da oben passiert ist, und der Raumstation ist wohl niemand an Bord, oder? Nope, die sind alle tot, wie viele sind gerade an Bord, nur zwei, wie ist der Name, Squall, ich bin ein Seed aus dem Ballabkan und ich bin Mühe, und der andere, Renoir, Renoir, die Hexe, die Hexe ist an Bord, also doch, ist Renoir, eine Hexe, ich bin eine Hexe, wir können nicht mehr zusammen sein, score, what the fuck, Ragnarok bitte antworten, ich kann auf die Zukunft verzichten, ich möchte, dass alles so bleibt, wie nur, Ragnarok bitte antworten, jemand will mich mehr anrufen, die Hexe wird nach der Landung versiegelt, befolgt bitte die Anweisung des Bergungstrupps, ich habe Angst, scroll, hörst du mich, kann uns die Hexe ebenfalls hören, ich habe Angst, scroll, hörh, 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 ich will nicht zurück, oh, wie süß, komm, abend, sieh, naja, geht ja alles gut, wie wir erfahren, denn Artemisia hat er jetzt die Ziele erreicht, Adele ist wieder auf dem Planeten in der Lunatic Padora und Kilder rum, ja, also alles wunderbar, denkt man jedenfalls. Tja, muss ich tippen, oder muss ich nicht tippen, ah, ich muss tippen, ups, dass ich in meinem Leben stets den Weg gegangen bin, den ich für richtig gehe, zumindest möchte ich das glauben. War dieser Weg, den du mir mit deinem Lächeln zeigtest, der richtige? Rinoa. Wir sind beide so weit gekommen, und jetzt muss ich dich weggeben. Ah, er war so kurz davor, endlich Pussy zu bekommen, aber, ja, das läuft halt nicht immer alles so, wie man das will, ne? Ah, die Landung hat man natürlich übersprungen, interessiert ja auch nicht. Hexe Rinoa, nachkomme des mächtigen Hühne. Was? Wir bitten euch, so, macht's aber schon. Rinoa. Möget ihr mal folgen, damit wir eure Macht versiegeln können. Ich verstehe nicht, warum sie nicht Edea versiegelt haben, weil ich meine, er ist ja auch eine Hexe, die ziemlich mächtig ist. Ja. Habt ihr eurem Freund noch etwas mitzuteilen? Zeitkommunierung. Im Weltall war eine andere Hexe in mir. Artemisia, eine Hexe aus der Zukunft, sie will die Zeit komprimieren. Dort kann nur Artemisia existieren, alles andere wird verschwinden. Naja, nicht ganz. Artemisia will mit meinem Körper die Zeitkommunierung einleiten. Ich will nicht, dass mein Körper dafür missbraucht wird. Deswegen werde ich gehen. Ah, gut. Das ist ein Geschenk für euch. Wunderschönes Schmuckstück. Anschließend werden wir euch zum Hexen-Mausoleum begleiten. Das ist ja schon an, heute. Lagerstätte für Hexen, die eingefroren wurden. Jetzt müsste sie eigentlich nochmal so richtig klischeehaft zurückgerannt kommen. Geh nicht, Reno! Oder wir. Ja, sad story. Und Nase, die läuft. Scheiß Pollen geht wieder los. Ich merke es jetzt schon. Ich will nicht, dass die Leute mich hassen und fürchten. Reno. Ach ja. Ich muss dir den Ring zurückgeben. Nein, behalt ihn. Aua. Ach, Götzl. So müde, liebe Kinder. Gut, dass ich nicht mehr lange machen muss. Sonntag geht es dann weiter. Und dann auch wieder ab 12 Uhr und ein bisschen länger. Dann sind alle klug, die schon zu verlieren, ja. Tschüss, Renoir. So, kommen müssen jetzt nicht die anderen kommen. Renoir wollte es so. Es war doch richtig, oder? Weiß ich nicht mehr. Oder auch nicht. So, jetzt stehe ich auf der Weltkarte rum, oder was? Ah, das ist natürlich klug. Ah, ich muss bestimmt wieder ins Schiff rein. Und wenn nicht, dann habe ich keine Ahnung, wo ich hin muss. Wahrscheinlich nach Esther oder so. Ah. Laderaum und so. Und öffnen und alles. Scheiße labert vor allem. War es nicht so, dass die anderen jetzt hier auf der Brücke sind? Hallo. Darf nicht nach oben auf die Brücke. Besser die Renoir-Musik spielen, wenn Renoir schon gar nicht mehr hier ist. Wo muss ich hin? Ach, ich guck mal hier im Internet nach, sonst renne ich hier noch 10 Stunden lang und weiß wieder nicht, wo ich hin muss. Da, 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 da haben wir doch eine Seite. So. Okay. Ja, das hatten wir schon. So. In Esther wird Renoir als Hexe verschleppt. Kaum zu glauben. Die Kleine ist eine Hexe. Skor rennt zur Ragnarok, zum Raum, wo der erste gelbe Propagator war. Der erste gelbe. Aha. Er erfährt, dass Illyone auch entführt wurde. Verdammt. Renoir soll anschließend zurückgeholt werden. Verlass den Raum und die Ragnarok fliegt los. Mit dem Lift kommt ihr zur Brücke. Okay. Der erste Propagator war doch hier, oder nicht? Ne, war er nicht. Der erste gelbe war woanders. Ich weiß nur nicht mehr, wo. Ich hab keine Ahnung. War er nicht hier unten irgendwo? Im Laderaum oder so, oder? Ich weiß nicht mehr. Ich habe etwa Jeste. War der hier? Ne, hier war der Grüne, glaube ich. Hä? Eine falsche Auffassung von dem Schiff, wie das angeordnet ist? Scheint. Warte mal, die Tür ist jetzt auch offen, oder was? Ne, kann man nicht durchgehen. Ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss. Verfickte Scheiße, mal wieder. Vielleicht hier. Ja, das sieht doch gut aus. Na ja. Ich hab immer wieder so... Erstmal hinsetzen, nachgrübeln. Hey, Irvine. Du alte Hands, was machst du denn hier? Hier, Irvine. Hier bin ich wieder. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Wie bist du? Ja. Wie war er noch die ganze Zeit in dieser Kapsel? Nach der Landung war ich eine Zeit lang bewusstlos. Als ich wach wurde, sah ich nur... Was? Piet? Ach ja. Genau, der. Und was mit Elyone? L war nicht zu sehen. Ich weiß nicht, wo sie ist. 100 Jahre später kam der Bergungstrupp aus Estram. Von denen hab ich über dich und das Schiff gehört. Bin dann gleich hierher. Stehe. Scroll. Nachdem du die Kapsel verlassen hast, habe ich richtig lange überlegt. Ah. Ob ich auch so gehandelt hätte. Ob ich zum Helden geeignet bin. Wo ist eigentlich unsere Prinzessin? Renoir ist da weg. Excel, altes Haus. Was machst du denn so? Und die anderen? Nur noch umgehen hier. Krass. Moin Seras. Ich nehme mal an, das ist der Olli. Du kommst ein bisschen spät. Der Stream ist in 18 Minuten vorbei. Melde Gorsamst. What the fuck? Die nur in der Tickbahn, ähm, Pandora ist aufgetaucht. Mama konnte deswegen ihr Vorhaben nicht zu Ende führen. Ups. Sie ist jetzt auch keine Hexe mehr. Ah ja, genau. Sie hat ihre Macht an jemanden vererbt. Ohne, dass sie es gemerkt hat. Ja, an wen wohl? Marinoir. Und noch was. Die nur in der Tickbahn wird von Kalbalia gestört. Sie haben das Ding aus dem Meer gefischt. Und darin soll so eine große Steinsäule sein, die Monster vom Mond holt. Ach ja, wegen der Monster ist hier richtig was los. Und nicht nur das. Als Zugang kam noch was anderes. Die Hexe Adele. Sie kam samt Sack hier angeflogen. Ja, schön Olli, dass du kurz reinschauen wolltest. Ich gehe doch nur noch bis 22 Uhr das Stream. Ich bin nämlich todmüde. Ich bin die ganze Zeit nur am Gehendier. Deswegen bringt es auch nicht mehr so viel, wenn ich jetzt hier so lange dauern mache. Außer wenn ich noch ein bisschen falle, wenn sie 13-2 spielen, was ich mir heute gekauft habe. Das würde ich mir ein bisschen austesten. Ja. Herrlich. Sie wurde praktisch von den Monstern eingeschleppt. Die Lunatic Pandora hat sie aufgesogen. Rodino meint, dass das, 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 das Ziel von Kalbalia gewesen sein muss. What the fuck? Ich meine, ich habe schon kapiert, was hier los ist. Noah ist tot. Lass mich bitte in Ruhe. Irgendwas nicht in Ordnung. Noah weg. Ich traurig. Das nächste Mal, lieber Oli, ist morgen ab 12 Uhr. Wie lange, weiß ich noch nicht. Aber ab 12 Uhr. Wir müssen hinterher. Wurde sie entführt? Nein. Sie ging freiwillig. Sie sagte, ich bin eine Hexe. Alle hassen mich. Niemand will mich mehr berühren. Genau das sagte sie. Hast du sie nicht aufgehalten? Sie wollte es so. Ich habe nicht das Recht, sie aufzuhalten. Was redest du denn da? Bist du nicht ganz dicht? Wozu hast du sie gerettet? Wofür dein Leben riskiert? Um sie einschäuern zu lassen. Ja. Antworte mir. Wolltest du nicht mit Rinoa zusammen sein? Äh. Von der so, ne? Ich wollte eigentlich nur mal... Idiot. Da hat sie recht. Ich, ich bin ein Idiot. Was mache ich eigentlich? Wollte Rinoa, so verliere ich sie für immer. Habe ich bloß getan. Was kann ich jetzt noch tun? Niesen. Warte. Äh. Kommt gleich. Dauert noch ein bisschen. Ist doch ganz einfach. Ich muss Rinoa retten. Steht dann den Schuss fest. Auf einer Rester, oder? Die Pandora und Adele sind mir erstmal egal. Wir wissen auch nicht, wo Elle jetzt steckt. Nur bei Rinoa. Ich werde Rinoa zurückholen. Ja, okay. Wow. Was zum... Scheiße. Und jetzt fliegt der Schiffer-Rama. Wir fliegen. Selfie wird doch nicht das Ding steuern. Ich fürchte doch. Und Irwan freut sich wie ein Blöder. Ja, jetzt müssen wir auf die Brücke. Und dann können wir, äh... zum Hexen-Mausoleer. Oder Sidecats zu machen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ne, ich glaube, wir müssen sie erst zurückholen. Und danach. Wir fliegen, wir fliegen, wir fliegen. Ja, ganz toll. Ist Selfie nicht großartig? Kannst du das steuern? Ach, ich habe irgendwie rumgefummelt. Aber die Steuerung ist super einfach. Das wird schon klappen. Alle Angaben aber ohne Gewehr. Niemand kann dir die Zukunft versprechen, richtig? Selfie, fliegt bitte nach Esther. Unser Ziel ist das... Ich kenne ein Mausoleum. Wir müssen Rinoa retten. Dann machen wir das doch mal eben schnell. Jetzt noch mal ein paar schnulzige Cutscenes. Und dann war es das für heute. Und im nächsten Part morgen... Äh, Quatsch, Entschuldigung. Übermorgen. Ja, das lässt sich genauso steuern wie der Garn. Im nächsten Part übermorgen gibt es dann... Ach ja, genau. Das kann ja fliegen. Ich weiß aber nicht mehr, wie das... Fliegt das automatisch über so Dinger drüber? Scheint so. Und ich fliege im Kreis. Auf jeden Fall übermorgen gibt es dann... eine richtig coole Sidequest. Ich denke, wenn ich Ultima Weapon sage, dann wird das jedem ein Begriff sein. So, jetzt müssen wir noch mal eben das Hexenmausoleum finden. Konnte man nicht... Ah, siehst du, so kann man nach oben oder nach unten gehen. So müssen wir nur das Hexenmausoleum empfinden. War in der Nähe von Esther, das weiß ich wohl. Aber wo genau... da nicht. Das ist das Udyne-Labor. Aber wir sind nah dran. Hexenmausoleum, wo bist du? Wofür steckst du diese Clash-Wain? Das ist das Lunagate. Also auch nicht ganz richtig. Da ist die Lunatic Pandora. Schwebt da einfach so rum wie so ein beklopptes Stall. Ich könnte ja auch mal auf die Karte gucken. Da ist das Hexenmausoleum. Okay, ich weiß, wo es ist. Angeblich da. Da ist es. Okay, dann parken wir das Ding nochmal hier. Darf ich hier nicht parken? Jetzt darf ich parken. So, bitte keine Zufahrtskämpfe. Dankeschön. Und wieder die epische Musik. Wartet. Ich... Was? Hier kommen Zufahrtskämpfe vor dem Scheiß-Teil? What the fuck? Diese Kack-Springbrunnen auch noch. Na, wartet. Oh, ich werde euch das zeigen. Du. Die anderen haben zwar nichts gekoppelt, aber ich werde es euch zeigen. Das war Springbrunnen Nummer 1. Gut, wie stark das Ding ist. Bye, bye. So, das war der zweite Springbrunnen. Oh, rennen die hier rum. Was für einen Nutzen hat das Ganze? So, Level ab. Warum nicht? So, wehe auf den Treppen kommt jetzt noch ein Kampf, ey. Geht doch. Mann, Mann, Mann. Danach habe ich dann meine feste Truppe und dann passt das. Stopp. Ich benutze keiner. Also scheiß drauf. Hm? Ihr wollt euch von hier verabschieden? Wir machen eine Ausnahme. Weiter geht's. Also nett. Weil ich das die wissen, zu wem wir wollen und wer wir sind. Und, äh. Ja. Was wollt ihr hier? Man weiß immer erst später, was man hätte tun sollen. Was redest du da? Ich weiß jetzt, was ich tun möchte. Noch habe ich die Chance. Deshalb bin ich hier. Ich will später nichts bereuen müssen. Der Renor zurück. Was? Das ist jetzt zu spät. Score! Jetzt oder nie! Und sie tippt schön weiter. Ja genau, ich muss hier lang gehen. Bevor Renor auch in so einen Adele-Sarg ähnliches Teil gestopft wird. Renor, warte. Ich werde dich da rausholen. Mach ich jetzt. Sching. Und dann Ich bin eine Hexe. Ja, schön. Nobody is perfect. Und? Ich mag Hexen. Renoir, Squall. Wir verschwinden. Omnomnom. Wussi, wussi. Sei jedenfalls so aus. Dann wer das wohl ist? Warum? Ich kenne ihn. War der Ward, glaube ich. Der, der seine Stimme verloren hat. Und da wären wir. Was ist denn, Renoir? Es ist mir etwas peinlich. Was denn? Du fast eingefroren wurdest, oder was? Warum das? Ich hatte mich dazu entschlossen, in Esther zu bleiben. Aber als ich Squall sah, war ich so glücklich. Ah, schön. Ist doch überhaupt nicht peinlich. Doch voll sexy. Glücklich sein ist wirklich schön. Ich danke euch allen. Oh, das war Renoir. Was ist mit dir los, Squall? Du sagst ja gar nichts. Was mit mir los ist. Ich als Squall-Expertin weiß es. Ja, küsst du es mal wieder. Was sollen wir jetzt tun? Was passiert, wenn... Je mehr er nachdenkt, desto pessimistischer wird er. Tja. Das ist er eben. Wie wäre es, wenn du dir eine etwas fröhlichere Zukunft vorstellen würdest? Das möchte ich doch. Jetzt mal mehr. Was geht ab? Ich habe zwar keinen Plan. Aber wir müssen irgendwas mit der Nunati Palora machen. Stimmt's? Weg. Boom. Sie wird von Gabalia gestört. Das heißt doch, dass Cypher irgendwie dahinter steckt. Cypher befolgt nur Artemisias Befehle. Genau. Diese Schlampe. Es kann nicht sein, dass sich jemand aus der Zukunft bei uns einmischt. Doch, um einen endlosen Zeitlooping zu erschaffen. Wir werden es ihr zeigen. Wir sind die Seeds. Wir werden alle Hexen umnieten. Ja, da kommt noch eine Menge von. Squall. Sorry. Wo fliegen wir jetzt hin? Ähm. Ich will euer Kinderheim sehen, von dem ihr mal gesprochen habt. Hier Ruinen? Das ist doch langweilig. Ich will zu einem Ort, wo keine Menschen sind. Ich bin eine Hexe. Wenn Artemisias kommt, flieg bitte zu Ideas Haus. So, jetzt dürfen wir wahrscheinlich wieder steuern. Richtig? Richtig? Oder wird das auch wieder übersprungen? Nein, das würde heißen noch mehr Cutscenes. Ach, Gott sei Dank. Wir können selber steuern. Dann weiß ich nämlich schon, wo ich jetzt, äh, hinfliegen werde. Äh, nein, weiß ich nicht. Weil ich nicht weiß, wo diese zwei Inseln sind. Ich glaube, ich weiß aber wo. Wartet mal eben. Ja, ich glaube, ich weiß, welche Inseln das sind. Ich will nämlich zur, äh, zu der einen Insel, die Hölle oder so ähnlich heißt. Und die andere Insel, die wenigstens heißt, um ein paar Zauber zu drauen. Und wenn wir das nämlich getan haben, dann werden wir... Das ist der Wallahmtgarten. Der chillt da immer noch. So ein kleines Boot im Wasser. Dann werden wir, äh, die Ultima Weapon SideQuest machen. Und die ist ziemlich gut eigentlich. Sehr viele starke Monster, wenn man es falsch macht. Und, äh, Ultima Weapon, der aber nicht so wirklich heftig ist, wenn man die ganzen Zauber hat, die ich mir holen will. Eigentlich werden wir das nächste Folge machen. Ich will nur die richtige Insel finden, damit wir das machen können. Ich meine, das ist die letzte Insel, die da an dem Rand ist. Ich meine, das ist die Insel zur... Achso, und den, äh, Kaktor müssen wir uns noch holen. Den hatten wir noch gar nicht, weil wir da auch erst mit dem Luftschiff nur hinkommen. So, ich meine, das ist die richtige Insel. Wichtig ist bloß, dass man hier null Monster angelegt hat. Denn sonst, äh, wäre das ein bisschen tot. So, äh, Truppe. Austausch. Du haust jetzt erstmal ab. Nein. Charakter möchte ich natürlich. So, bitte einmal Irvine. Und jetzt koppeln wir mal, was... Siehste, der... Excel braucht auf jeden Fall. Seine GF. Stärke. Zauber, Draw, Item. Ähm, Stärke plus 20, Stärke plus 40 und Konton. Ah, das passt schon. Ist zwar nur 150, aber dafür besorgen wir ja gleich was. Der Irvine kriegt die restlichen GF. Witzig, was ist das ja noch? So, auch nach Stärke. Oh, Hast! Ja, weil der, weil der Irvine keine Zauber hat, glaube ich. Item, HP plus 80, Stärke plus 60. Ja, klingt gut. Und Erstschlag auf jeden Fall. Erstschlag ist immer gut. So. Warum hat Irvine keine Zauber? Ich weiß es nicht. Äh, wer hat denn noch die ganzen Zauber? Okay, Christus. Renoir hat, glaube ich, die ganzen... Ja, Renoir hat die ganzen Zauber. Äh, wie... ...ging das nochmal? Alles, wer soll Zauber empfangen? Der Irvine, und zwar von Renoir. Zack. So. Ja, Xelda seine Zauber. Hm, hm, hm. So, jetzt können wir nämlich auch mal... Ups. Damit. Ich habe mich gerade das falsche gekoppelt. Zauber. So, das ist was Besseres als Cheese. 113. Äh. Tippe, wie wäre es damit? Kann ich nicht nach Dienstag machen? Optimal, so. Und dann nach Stärke. Zack. So. Das ist doch mal ein schöner Irvine. Aha, ein ganz schöner Irvine. Aha. Äh, 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 ich... Warte. Ich bin noch nicht fertig, verdammte Scheiße. Ja, hier, das habe ich noch gar nicht alles, äh, die Dingsbumst. Äh. Ach so, ich habe... Ich benutze schon alle Zauber. Ja, das ist natürlich doof. Egal. Äh. Skor, wie sieht es bei dir aus? Hast du alles irgendwie... Nee, nein, gar nicht. Ah, hier, Beben. Warum denn nicht? Äh. Und dann muss ich noch gucken, wer jetzt, äh, Gegner 0 anlegen kann. Ich glaube, das ist er hier. Nee, ist er nicht. Das müsste Irvine sein. Ja. Dann machen wir mal Stärke 60. Machen wir mal Gegner 0. Ach, nee, lieber HP. Lieber HP, lieber ein bisschen stärker sein. So, jetzt speichere ich. Und dann haben wir unsere zwei Stunden nämlich auch schon wieder Fall. Und zwar genau in einer Sekunde. Zack. Nee, in eine Minute und eine Sekunde, ups. Denn ich kann euch noch eben kurz zeigen, wenn ich mich auf der richtigen Insel befinde. Ich habe jetzt gar nicht geguckt. Das Tor in die Hölle. Jawohl. Jetzt überall versteckte Drawpunkte. Gerade am Rand. Und da gibt es das, was hier wie Flair und so. Warum kann Irvine keine Zauberer ziehen? Ich glaube, ich weiß warum. Weil er viel zu viele Zauberer hat. Warte mal. Zauber. Ja, der hat ja zu viele Zauberer. So ist das nämlich. Tausch. So, der gibt jetzt alle Müllzauber. Gibt der jetzt Christie's. Damit der mal ein bisschen was... Nein. Damit der mal ein bisschen was frei hat. So, das kannst du ihr geben. Blitz brauchst du, glaube ich, auch nicht. Das ist auch viel zu schwach. Das behalten wir mal. Tod hätte ich noch. Im Angebot. Zombie. Nein. Alles geben. So. Vitra. So viele Zauber. Egal. Jetzt haben wir auf jeden Fall wieder Platz. Und jetzt können wir hier... Was? Wieso ist nichts da? Habe ich schon... What the fuck? Ich nehme... Achso. Ultima. Squall. Es gibt hier, glaube ich... Keine Ahnung, wie viele Ultima-Draw-Punkte. Einige. Nicht alle sind voll. Aber, äh... Hier, so Meteor und so. Läuft schon, ne? Schon ganz schön. Gute Zauber. Dauert wahrscheinlich, bis die alle voll sind. Bis auf vierten CD oder so. Triple. Yay. Hier, Excel. Kriegst du auch mal ein bisschen Triple. Nochmal Aura. Aura ist übrigens ein Zauber, der es uns ermöglicht, ähm... Holy Moly. Der es uns ermöglicht, unsere Spezialattacken sofort benutzen zu können. Unabhängig von der HP-Anzahl. Nochmal Meteor. Und davon gibt es zwei Inseln, die beide so welche Draw-Punkte haben. Auf dieser hier sind mehr Angriffs-Zauber. Auf der anderen sind, ja, andere Zauber. Erzengel und sowas alle. Wollen wir nicht noch mehr sagen? Einfach ganz schnell tippen. Mach ich jetzt noch ein bisschen. Und dann wenden wir... Nochmal Ultimo. Wenden wir den Stream. Das könnte ich auch... Ja, das mach ich auch demnächst auf-Screen. Denn, äh... Ja, bevor der nächste Streaming anfängt, mach ich das am besten. Dann sind wir nämlich gut gerüstet für Ultima Weapon. Äh, Ultima Weapon mit Ultima schlagen. Sozusagen, weil wir das an Stärke koppelt werden. Weil ihr seht ja, wie viel Ultima es hier gibt. Werte mal ein Ultima, es wäre jetzt auch schon stärker als, äh... Als... Zauber. Ultima, wo bist du? Ja, nö. Leider nicht. Leider wäre es noch viel schwächer. Aber wenn man davon 100 hat, dann ist es auf jeden Fall stärker. Gut. Ich speichere nochmal und beende den Stream, denn ich bin jetzt schon müde. Und ich muss morgen früh raus. Denn nach Düsseldorf fahre ich zwei Stunden. Und, äh... Wie ich schon bereits vorher sagte, muss ich... Möchte ich noch ein bisschen fallen, wenn sie sie 13-2 anspielen. So, jetzt hab ich es alles übersammelt. Ich danke den wenigen Leuten, die heute ein bisschen zugeguckt haben. Tut mir leid, dass das nur zwei Stunden waren. Äh, aber hätte ja nicht damit rechnen können, dass man Auto einfach den Geist aufgibt. Und gerade einen Tag, bevor ich das wirklich dringend brauche. Deswegen musste ich das ganz schnell reparieren. Und, äh, ja. Das kostet mich jetzt 100 Euro. Naja. So ist das Leben. Ähm... Ich danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid Sonntag dabei. Wenn's ab 12 Uhr mittags losgeht mit Final Fantasy 8. Und dann werden wir Ultima Weapon machen. Und wir werden in der Story weiter voranschreiten. Und dann werden wir das Spiel eventuell sogar schon nächste Folge beenden. Je nachdem, wie viel Zauber ich noch vorher irgendwie drawen kann. Alles klar. Dann haben wir's soweit. Oh Gott, ich muss rüsen. Äh, danke fürs Zusehen, mein Lieben, Leute. Und man sieht sich... Hört nicht auf. Man sieht sich dann eventuell Sonntag wieder. Bis dann. Macht's gut. Euer Temple Master. Äh. Geräusche. Ich redecke mich mal die Deutsche umf beforemmst. Ich redecke mich schreiten mit mir. Ich redecke mich mal. Ja.